Der Podcast Männer mit Seele, hier ist wieder für dich Markus Lehmkuhl und heute der Titel 97 zu 3 und knüpfen an das Thema des letzten Podcasts an, Programmierung vs. Konditionierung, das hat was mit dem Unterbewusstsein zu tun. Und mit 97 zu 3, was meine ich damit? Ich meine nicht, dass 97% aller Menschen wie ferngesteuert durch die Gegend rennen und 3% interessieren sich für dich, sondern es geht in eine andere Richtung, wie beim letzten Mal schon erwähnt, machen wir 97% in unserem Alltag unbewusst, automatisiert, ohne darüber nachzudenken. Wir tun das einfach, wir reagieren, wir agieren, wir bewerten, wir belobigen, wir beleidigen, wir zicken. Deswegen alle unsere Reaktionen machen wir größtenteils unbewusst, ohne dass uns diese Dinge in dem Moment bewusst sind. Also 97% unseres Alltages läuft unbewusst. Über alle körperlichen Funktionen, über alle psychischen Funktionen und Reaktionen, so sind nur 3% unseres Alltages uns wirklich bewusst in unserem Verstand. Alles andere machen wir automatisch, ohne dass wir es irgendwie mitbekommen und folgen da einem Muster. Was ich mich nur frage und hatte heute noch dazu noch ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Warum interessieren sich scheinbar so wenige Menschen dafür, warum sie die Dinge tun, die sie tun? Auch die Unbewussten. Das heißt, du folgst ja einem Muster, du folgst einem Programm. Es muss ja irgendwas da sein, anhand dessen du unbewusst agierst. Deine körperlichen Funktionen, also wie du atmest, was sind das, wie viele Vorgänge sind das, welche unfassbare Intelligenz greift da ineinander, dass du überhaupt atmen kannst, ohne dass dir das bewusst wird, ohne dass du das faszinierend wahrnehmen kannst und dich bedanken kannst, dass das alles so funktioniert, so selbstverständlich, was es ja nicht ist. Und abzielen möchte ich eigentlich ja auf Dinge und Sachen, die dir im Alltag begegnen, die dir vielleicht einen Hochgenuss an Freude bereiten, aber auch ärgern, frustrieren, Dinge, die du immer wiederholst. Warum komme ich immer wieder an die gleichen Partner? Warum begegnen wir immer wieder gleiche Menschen? Oder warum begegnen wir immer gleiche Arschlöcher, die mich ärgern? Und so weiter und so weiter. Warum reagiere ich immer so? Also was wiederholt sich vielleicht auch in deinem Alltag? Und da mal zu gucken, warum reagiere ich so automatisch? Warum tue ich das? Und wenn wir 97% unserer Dinge unbewusst tun, keine Wahrnehmung dafür haben, keine Sinnesschärfung dafür haben, ob das gut, schlecht, es passiert einfach mit uns. Und wenn ich dann mal frage, warum tust du das? Also wenn du irgendwas Bescheuertes erlebst, was tust du davor? Und warum tust du das? Warum reagierst du so? Warum bewertest du die Situation so? Gibt es noch andere Alternativen oder Optionen oder Denkmöglichkeiten oder Perspektiven? Nimm mal einen anderen Platz ein. Versuch es mal anders zu betrachten. Hinterfrag das doch mal. Das, was du halt immer tust. Also wenn du, sage ich mal, 90% an deinem Tag meckerst, warum tust du das? Was ist denn da nicht in Ordnung? Und kaum ein Mensch kann dir darauf eine Frage geben. Und so möchte ich es auch einfach mal kurz und knackig halten, wo ich denke, warum hinterfragen wir das nicht? Warum hinterfragen wir Dinge nicht, Muster nicht, die wir unbewusst tun, die uns nicht gut tun, die nicht gut für uns sind, mit denen wir uns nicht gut fühlen? Warum nehmen wir das eigentlich so hin? Warum haben wir so wenig Interesse für uns scheinbar? Wenn du mal deinen Alltag betrachtest und den Alltag anderer Menschen betrachtest. Warum wird geschimpft wie ein Rohrspatz über Facebook? Es wird nur bewertet. Du kannst einen Furz lassen und kriegst irgendwelche Bewertungen und der eine nimmt es biologisch auseinander, der eine nimmt es anatomisch auseinander. Es wird bewertet, was das Zeug hält. Aber all das findet nur im Außen statt und nicht bei dir selber. Also warum guckst du nicht bei dir selber? Warum guckst du nicht mal, warum du das tust, was du tust? Die Gründe, die Muster, eine Motivation. Du tust ja nichts ohne Motivation. Es passiert ja nicht einfach so. Es muss ja was vorhanden sein, was eine Reaktion und Aktion bei dir auslöst. Und da bin ich immer wieder erstaunt und leider empfinde ich es als steigende Tendenz da draußen, dass immer weniger sich für sich selber interessieren. Und wenn du nicht beantworten kannst oder nur zum kleinen Teil beantworten kannst, was du 97% in deinem Alltag tust und zwar das Unbewusste. Was weißt du dann über dich? Nur die 3%, die du bewusst und wach wahrnimmst über deinen Verstand? 3%? Und in dem Korridor dieser 3% willst du dein Leben bestreiten? Also wenn du 97% größtenteils von dir nicht kennst, wer bist du denn dann? Wie kannst du das beantworten, wenn du nicht mal weißt, wie du funktionierst? Und warum du funktionierst und agierst unbewusst? Wer bist du dann? Und was glaubst du, wie sehr wird dir dann ein Leben gelingen, was du dir vorstellst oder was du dir wünschst, wenn du das für dich beantworten kannst? Da kann man vielleicht viel versuchen und der eine oder andere mag ein Treffer landen, aber wahrscheinlich geht es zu 97% in die Hose, oder? Also wenn du 97% von dir nicht kennst, lediglich 3% oder vielleicht kennst du ein paar Dinge, dann kommen wir auf 90%, aber wie gesagt, ich habe es selten erlebt, dass jemand sagen kann, ja ich mache das aus dem und dem Grund und das sind die Ursachen und Und das habe ich noch nicht erlebt. Was kann dabei herauskommen? Und auch mal für dich die Frage, wie viel kennst du von dir? Wie viel deines Unbewussten und Unterbewussten ist dir bewusst? Und wenn das, was du tust und warum du es tust, dir bewusst ist, ist es nicht so, dass du erst dann auch erst die Möglichkeit hast, etwas daran zu verändern? Dass das, was du in deinem Alltag erlebst, ein besseres Ergebnis hat und du dich damit besser fühlst? Und wie ich ja so häufig sage, zieh mal Bilanz. Wie viel von dir kennst du? Wie sehr interessierst du dich für dich selber und nicht für 1894 Dinge da im Außen? Wie gut kennst du dich? Zu wie viel Prozent kennst du dich? Und wie viel Lust hast du und Neugier hast du, für dich selber dich besser kennenzulernen? Ich hoffe, für dich, ich wünsche es dir, dass die Prozentzahl, die dabei herauskommt, wie gut du dich kennst, wie gut du deine Motivation, deines Handeln kennst, verdammt hoch ist. Dein Markus Lehmkuhl Untertitelung des ZDF für funk, 2017